Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, herzlich willkommen hier zum Wochenausklang nach dieser abermals interessanten, spannenden und ereignisreichen Woche. Ja, über das ein oder andere Thema haben wir ja gestern schon beim Dachtekenduett ausführlich diskutiert, schalten Sie also auch dort ein. Und zwar werde ich den Kanal hier am Ende der Sendung irgendwo links, rechts, oben, unten verlinken. Beginnen wir mit einer Meldung. Die FAZ berichtet, Evangelische Kirche verliert 593.000 Mitglieder. Die Evangelische Kirche hat im vergangenen Jahr in Deutschland abermals mehr als eine halbe Million Mitglieder verloren. Wie die Evangelische Kirche in Deutschland, kurz EKD, am Donnerstag in Hannover mitteilte, gehörten ihr zum Stichtag 31. Dezember 2023 rund 18,6 Millionen Menschen an. Das entspricht einem Rückgang von rund 593.000 und 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit erreichte der Mitgliederverlust einen neuen Höchstwert. Rund 21,9 Prozent der deutschen Bevölkerung sind demnach noch Mitglied einer der 20 evangelischen Landeskirchen. 2022 waren es noch 22,7 Prozent. Zum Vergleich 2003 gehörten der evangelischen Kirche noch sagenhafte 25,84 Millionen Mitglieder an. Also in 20 Jahren ist die evangelische Kirche um etwa ein Viertel mehr als ein Viertel zusammengeschrumpft. Also wir erkennen hier einen ähnlichen Trend, wie er auch bei den meisten deutschen Tageszeitungen zu beobachten ist. Und alle fragen sich natürlich, woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Und da kann man jetzt natürlich nur spekulieren. Aber lassen Sie mich doch einfach mal an dieser Stelle ein paar, naja, Headlines, ein paar Nachrichten, ein paar Überschriften des vergangenen Jahres vortragen. Auf ekd.de war am 2. März 2023 zu lesen, evangelische Kirche will mehr Tempo beim Klimaschutz. Die EKD-Beauftragte der Schöpfungsverantwortung Christina Kühnbaum-Schmidt sieht Klimaschutz auch als kirchliche Aufgabe. Am 13.10.2023 war auf kircheundleben.de zu lesen, Papier im Vorfeld der kirchlichen Wahlen 2024. Niedersachsens evangelische Kirchen, kein Gemeindeamt für Extremisten. Wer sich rassistisch, antisemitisch, islamfeindlich, queerfeindlich oder demokratiefeindlich äußert oder Parteien angehört, die dies tun, ja wer könnte an dieser Stelle wohl gemeint sein, kommt für ein kirchliches Leitungsamt nicht in Frage. Das stellen die evangelischen Kirchen in Niedersachsen im Vorfeld der kirchlichen Wahlen 2024 klar. Eine weitere Meldung, eine weitere Überschrift und zwar erschienen bei Welt am 31.10.2023. Kirchenfunktionärin Kurschuss sieht Grenze der Aufnahmekapazität noch lange nicht erreicht. Annette Kurschuss ist Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie glaubt, als reiches Land könne Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen als bislang. Die Grenze sei dann erreicht, wo es zur Selbstaufgabe kommt. So und zu guter Letzt noch eine Meldung erschienen bei evangelisch.de am 5.12.23. Kritik an rechter Politik. EKD rät von Wahl der Partei AfD ab. Die evangelische Kirche hat sich besorgt über die hohen Zustimmungswerte für die AfD geäußert und von einer Wahl der Partei abgeraten. Naja, Sie wissen ja, hier in Deutschland rühmt man sich ja nach wie vor, dass Kirche und Staat ja voneinander getrennt seien. Also, das ist eine Errungenschaft der Aufklärung. Ja, aber dass von dieser Säkularisierung nicht mehr allzu viel übrig ist, ja, das kann man, glaube ich, an diesen Überschriften, an diesen Zeitungsartikeln doch, denke ich, recht gut ablesen. Ja, der einzige Unterschied zu diesen, ich sag mal, voraufklärerischen Zeiten ist jedoch der, dass die Glaubenssätze, an die sich die Schäfchen hier zu halten haben, nicht mehr von der Kirche, sondern vom Staat direkt geliefert werden und die Kirche hier im Grunde genommen nur noch als verlängerter Arm oder vielmehr als Verstärker eben dieser vom Staat propagierten Glaubenssätze fungiert. Ja, apropos Glaubenssätze, hier in Deutschland ist man ja, das wissen Sie alle, nach wie vor der felsenfesten Überzeugung. Naja, dass, wie soll ich sagen, die hier propagierte Verkehrswende und auch die Energiewende uns in ein neues, goldenes Zeitalter führen wird. Ja, und Sie wissen ja alle, wie das ist mit dem Glauben, eben jener zerschellt ja doch recht häufig an der, ja, kalten, harten Realität. So berichtet Autobild, lassen Sie mich kurz zitieren, Laden, äh, Ladenetzreport. So teuer ist das Stromladen zurzeit. E-Autos unterwegs laden ist teurer als tanken. Wer sich fürs E-Autofahren interessiert, will wissen, was es kostet. Wenn man alle Kosten zusammenrechnet, fährt meist das Elektromobil als Sieger davon. Doch der Kostenvorteil schwindet, denn aktuell ist das öffentliche Laden eines E-Auto teurer als das tanken. Das ist das Ergebnis des Ladesäulenchecks, den der Stromanbieter Lichtblick jedes Jahr anbietet und nun für 2024 veröffentlicht hat. Das Ergebnis ernüchtert, denn derzeit kommt sowieso starker Gegenwind für die, Achtung, jetzt kommt es politisch erwünschte, weil klimafreundliche Elektromobilität. Ja, um das hier mal zusammenzufassen. Der, ja, ich sag mal propagierte Glaubenssatz lautet, Elektromobilität erwünscht, also politisch erwünscht, weil klimafreundlich. So, und die Realität sieht folgendermaßen aus. E-Autos sind grundsätzlich in der Anschaffung, also deutlich teurer als Benziner oder Diesel. E-Autos, so scheint es jetzt zu sein, sind auch im Unterhalt, also sprich, ja, E-Autos zu fahren, also zu bedanken, ist jetzt auch nicht mehr viel billiger als Benziner zu fahren oder Diesel zu fahren. Jetzt könnte man allerdings anwenden, ja, es geht ja hier um öffentliche Ladesäulen. So, man kann ja, wenn man möchte, sich auch eine Photovoltaikanlage anlegen, anschaffen und dann das E-Auto zu Hause vor der eigenen Tür tanken. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass auch so eine Photovoltaikanlage nicht umsonst zu bekommen ist und das ja auch nicht jeder über ein Eigenheim verfügt, um eine solche Photovoltaikanlage installieren zu können. So, und in letzter Zeit machen ja auch vermehrt Meldungen die Runde, in denen es dann heißt, dass die E-Autos, also gebrauchte E-Autos bei den Autohändlern mehr oder weniger wie Blei in den Regalen liegen. Ja, und auch das ist, ich sag mal, für die Klimabilanz eines E-Autos eher schlecht. Also, wenn man nach 80.000 oder 100.000 Kilometer sein E-Auto verkauft oder zum Verkauf anbietet und es dann nicht zweit oder dritt verwertet wird, dann ist das ja im Vergleich zu einem Verbrenner, der ja 200.000 oder 300.000 Kilometer erreichen kann, nicht so günstig. Ja, also es kostet ja auch Geld, so ein Auto zu produzieren. Ja, aber so ist das halt. Glaubenssätze versus Realität. Aber damit noch lange nicht genug. Die FAZ berichtet, die Energiewende kostet gut 1,2 Billionen Euro. Die Energiewende wird sehr teuer. Sie kommt voran, aber noch stehen nicht genügend Investoren parat, um den Mega-Umbau zu finanzieren. Das ist das Ergebnis des Fortschrittmonitors Energiewende 2024, den das Beratungsunternehmen EY gemeinsam mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW erstellt hat. Die 76 Seiten starke Analyse, die der FAZ exklusiv vorliegt, beziffert die Kosten zwischen 2023 und 2035 auf sage und schreibe 1.214 Milliarden Euro, also mehr als 1,2 Billionen. Augenblick. Ja, das wären dann umgerechnet 100 Milliarden Euro pro Jahr in den nächsten zwölf Jahren. Und wenn sich keine Investoren finden, ja, dann muss halt der Staat eingreifen. Ja, und 100 Milliarden umgerechnet auf jeden Bundesbürger, das wären dann etwa 5000 Euro für eine vierköpfige Familie. Ja, und dieses Geld steht dieser Familie dann natürlich nicht mehr zur Verfügung, um vielleicht den eigenen Kindern einmal eine Kugel Eis zu gönnen. Aber Sie wissen natürlich auch, das war der angepriesene Tausch. Die Energiewende wird halt nicht mehr kosten als eine Kugel Eis. Ja, und wo wir schon mal bei Lebensmitteln sind. Das Statistische Bundesamt hat zum April eine Sonderauswertung über den Preisanstieg bei Lebensmittelpreisen herausgegeben. Ja, und aus dieser Sonderauswertung geht hervor, wie hoch die Preise von 2020 bis 2023 gestiegen sind. So, und lassen Sie mich an dieser Stelle vielleicht einfach mal ein paar Exemplare, ein paar Beispiele vortragen. Mehl und andere Getreideerzeugnisse plus 58%. Brot und Brötchen plus 33%. Teigwaren plus 45%. Geflügelfleisch plus 43%. Vollmilch plus 36%. Margarine und Pflanzenfett plus 63%. Eier plus 36%. Trockengemüse und konserviertes Gemüse plus 60%. Ja, und zu guter Letzt Zucker plus 81%. Ja gut, dazu muss man sagen, Zucker ist sowieso ungesund. Also kann man an dieser Stelle auch schon mal dankbar sein der Regierung gegenüber, die uns hier mittels des Preises einen Stups in die richtige Richtung gibt. Nämlich ein bisschen weniger von diesem Teufelszeug zu konsumieren. Ja, apropos Regierung. Sie haben es ja alle mitgekriegt. Der Wahlkampf ist ja jetzt endgültig ausgebrochen. Und wir haben ja, wie gesagt, gestern beim Dachtegenduet schon ein bisschen ausführlicher darüber diskutiert. Ja, und wie es scheint, scheinen sich hier doch interessante Wendungen zu ergeben. Lassen Sie mich mal aus der Bild-Zeitung zitieren. Geheimsitzung mit Verfassungsschutz. China-Affäre immer heikler. Neue Spionage-Enthüllung macht AfD fassungslos. Ich finde, das ist eine hochinteressante Überschrift. Also, dass man der AfD sogar zugesteht, fassungslos sein zu dürfen. Ich fahre fort. Bekannt war bislang, dass Guo, also das ist dieser chinesische Spion, seit 2007 in Kontakt mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz stand. Später wurde der Kontakt von den sächsischen Schlapphüten gehalten. Die schalteten Guo in Abstimmung mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz am 29. August 2018 ab, nachdem klar war, dass Guo mit hoher Wahrscheinlichkeit als Doppelagent auch für die Chinesen-Stasi spitzelte. Interessant. Chinesen-Stasi. Wie nun bekannt wurde, kam das Bundesamt für Verfassungsschutz im Dezember 2019 mit, dass Guo mehrere Male mit dem Botschaftsrat der politischen Abteilung der chinesischen Botschaft in Berlin Kontakt hatte. Eine Art Außenstelle der chinesischen Staatssicherheit. Ab da wurde der Deutsch-Chinese erneut nachrichtendienstlich überwacht. Brisant. Nur wenige Wochen zuvor hatte Guo als Mitarbeiter im Büro des gerade ins Europaparlament gewählten Maximilian Krah angeheuert. Wenn das nicht interessant ist. Die Frage, die auch in der geheimen Sitzung der Parlamentarischen Kontrollkommission fünf Abgeordnete, Sachsens Innenminister Schuster, Sachsens Verfassungsschutzchef Christian, eine entscheidende Rolle gespielt haben dürfte. Wenn der Inlandsgeheimdienst Erkenntnisse hatte, dass Guo spionierte, warum haben die Verfassungsschützer Krah über vier Jahre lang nicht gewarnt? Das ist mal eine wirklich hochinteressante Frage. Ja, und die lapidare Antwort, meine Damen und Herren, man hat sich eben nicht zuständig gefühlt. Und Sie wissen ja, alle Gefühle haben heute einen ganz, ganz anderen Stellenwert, also einen viel, viel bedeutenderen Stellenwert als Fakten. Insofern darf man hier jede Spekulation darüber, dass die Sicherheitsbehörden hier gewissermaßen rechtswidrig gehandelt oder eben nicht gehandelt haben, indem sie nämlich Maximilian Krah nicht gewarnt haben, also gerne beiseite legen. Also wer was anderes tut oder wer das Gegenteil behauptet, der will hier offenbar den Staat und seine Institutionen delegitimieren, so aber Spaß beiseite. Also ob diese Erkenntnis nun irgendwie das allgemeine Narrativ, das jetzt gerade so mehr oder weniger verbreitet wird, abändern wird, das vermute ich nicht. Also man hat ja, ich sag mal, aus gewissen Gründen mit Dreck um sich geworfen, vornehmlich in Richtung AfD, vornehmlich in Richtung Krah. Und von diesem Dreck sollte ja eben auch etwas kleben bleiben. Und ich denke nicht, dass man jetzt hingehen wird und Maximilian Krah das Wasser reicht, sodass er sich von diesem Dreck wird befreien können. Nee, ich glaube, das war Sinn und Zweck dieser ganzen Übung, dieser ganzen, ich sag mal, Geschichte, die hier veröffentlicht worden ist, auch wenn die Bild jetzt im Nachgang tatsächlich die richtigen Fragen stellt. Aber der Schaden ist ja bereits angerichtet und ich glaube, die meisten Medien, die scheuen sich jetzt davor, diese, wie soll ich sagen, diese Nachrichtenlage entsprechend richtig darzustellen. Also man spricht dann wohl eher davon, dass sich, also lesen Sie selber nach, die AfD geriert sich jetzt als Opfer des Verfassungsschutzes und ja, das halt auch so ein bisschen spöttisch. Ja, mal schauen, wie der Wähler darauf reagiert. Wir werden sehen, vielleicht fällt bei dem einen oder anderen ja doch der Groschen. Und ja, Sie wissen ja auch, neben der EU-Wahl finden dieses Jahr in einigen Bundesländern Landtagswahlen statt, unter anderem auch in Thüringen. Ja, und in Thüringen, da wird es wohl ganz besonders spannend. Und ich möchte auch hier zitieren aus der Bild, nach Umfragehammer in Thüringen kann Wagenknecht sogar Regierungschefin werden. Ihre Partei hat noch nicht einmal ein Wahlprogramm. Trotzdem kommt das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, laut INSA-Umfrage schon jetzt bei der Thüringer Landtagswahl am 1. September aus dem Stand auf 16 Prozent. Die Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow hat Wagenknecht bereits eingeholt. Auch der Rückstand auf die CDU, 20 Prozent schmilzt. Kann die, auch sehr interessant, Betonsozialistin jetzt sogar Regierungschefin werden? Fragezeichen. Ja, lassen Sie mich nochmal die Zahlen dieser Umfrage hier zitieren, die erschienen ist am 1. Mai. Die Linke kommt, genauso wie das Bündnis Sarah Wagenknecht, auf 16 Prozent. Die AfD nach wie vor ganz weit vorne mit immer noch 30 Prozent, hat 1 Prozent eingebüßt. Die CDU, wie gesagt, bei 20 Prozent, hat ebenfalls 1 Prozent eingebüßt. Und die SPD, ja, gewinnt 1 Prozent und kommt auf 7 Prozent. Die Grünen liegen unverändert bei 5 Prozent und die FDP unter ferner Liefen bei 2 Prozent, wird noch nicht unter den Sonstigen, die bei 4 Prozent liegen, gelistet. Ja, also, was erkennen wir daraus? Die CDU und das Bündnis Sarah Wagenknecht kämen zusammen auf 36 Prozent der Stimmen. Das wäre natürlich immer noch viel zu wenig für eine stabile Regierungskoalition. Also wäre man seitens der CDU und der BSW auf entweder die Stimmen der Linken angewiesen oder aber auf die Stimmen der SPD und der Grünen, so die Grünen denn in den Landtag kommen sollten. So, aber, Sie wissen ja, Sarah Wagenknecht hat, ich glaube, vor wenigen Tagen, ich glaube, erst letzte Woche angekündigt, dass sie ausschließt, mit der AfD und mit den Grünen zusammen zu koalieren. Ja, also, nach jetzigem Stand der Dinge wird das also eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, eine sehr, sehr interessante Koalitionsverhandlung dann im Herbst. Und die Frage, die sich mir jetzt an dieser Stelle stellt und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen von Ihnen, ja, das ist ja nach wie vor nicht ganz so klar. Und zwar, welche Rolle genau nimmt Sarah Wagenknecht in diesem ganzen Spektakel gewissermaßen ein? So, vor allen Dingen so mit Blick auf die Bundestagswahlen. Also, ist sie, Sarah Wagenknecht, jetzt die Person, die die etablierten Parteien, sprich CDU, SPD, Linke und so weiter stabilisieren soll? Soll Sarah Wagenknecht dazu beitragen, dass eben die Etablierten am Ruder bleiben? Und dann stellt sich mir, wie gesagt, mit Blick auf die Bundestagswahl folgende Frage. Also, sollte das Bündnis Sarah Wagenknecht tatsächlich in Thüringen mit der CDU eine Koalition eingehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das für die CDU eher nachteilige Auswirkungen hat, weil dann ja den Wählern und wahrscheinlich auch den Leuten aus der Basis klar werden würde, ja, dass sich die CDU mittlerweile nicht einmal mehr zu schade ist, mit gestandenen Kommunisten zusammenzuarbeiten. Insofern wäre das, wie gesagt, sehr, sehr spannend, gerade mit Blick auf die CDU und ihr Bestreben an der Macht zu bleiben und welcher Mittel sie sich da bereit ist zu bedienen. Oder aber war diese Aussage, nicht mit der AfD zu koalieren, vielleicht doch eine Finte? Ja, also zusammen kämen AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht nach jetzigem Stand der Dinge auf. 46 Prozent, das wäre noch keine Regierungsmehrheit, aber würden beispielsweise die Linken oder würden beispielsweise die Grünen aus dem Landtag fliegen, dann könnte es tatsächlich reichen für eine Regierungskoalition aus AfD und BSW. Das wäre dann dieser sogenannte griechische Weg, wo dann auch die Ganzrechten mit den Ganzlinken koaliert haben. André Lichtschlag hat gestern beim Dachtekenduett, ja, tatsächlich die Vermutung geäußert, dass dem so sein könnte. Ja, wir werden abwarten müssen. Sie sehen, meine Damen und Herren, das hier ist wirklich deutlich spannender, als damals die Lindenstraße gewesen ist. Ja, eine kurze Meldung noch zum Schluss, nämlich ein Blick über den Teich. Ja, laut einer Umfrage, laut einer jüngsten Umfrage steht Donald Trump in der Gunst der Wähler bei sagenhaften 51 Prozent, während Joe Biden, der derzeit amtierende US-Präsident, gerade mal auf 42 Prozent kommt. Also auch hier Spannung pur. Das wird also wirklich ein heißer Herbst, möchte man verbunden. Wollen wir es dabei belassen. Für diese Woche, meine Damen und Herren, was wollte ich Ihnen sagen? Erst einmal herzlichen Dank dafür, dass Sie hier eingeschaltet haben. Und sollten Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie zwingend diesen Kanal. Dafür wäre ich Ihnen wirklich überaus dankbar. Und falls Sie es auch noch nicht getan haben, dann besuchen Sie unbedingt auch mal unsere Seite freiheitsfunken.info. Auf dieser Seite erscheinen wöchentlich über 20 hochinteressante Kolumnen, alle frei verfügbar. Und da haben Sie auch die Möglichkeit, unter anderem auch dieses Format hier zu unterstützen per Paypal, per Bitcoin, per Überweisung, per weiß ich nicht was, per alles. Ja, wie gesagt, danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Abonnieren Sie auch die anderen Kanäle. Dachtegen, Du hättest frei als Funken, eigentümlich frei. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, dann am Montag auf dem Kanal von eigentümlich frei. Das hat diese Woche leider nicht geklappt. Wir sind so ein bisschen im Heftstress. Und ja, dann würde ich sagen, hoffentlich bis nächste Woche Montag. Haben Sie ein schönes, erholsames Wochenende. Alles Gute und Tschüss.